So, nicht mehr weit, nur noch durch diesen komischen Wald, dann sind wir endlich da und können Ferien machen. Ja, Mann, freu ich mich schon richtig, oder? Statt zur Stadt ist zu lange her, ey. Was machst du, Tobi? Fahr vernünftig, Alter. Ja, was ist denn jetzt los? Was machst du, Mann? Was ist das? Geh mit deinem Auto ab. Tschüss. Ja, Mann, stimmt hier nicht, oder? Ey, halt mal an, Mann, halt mal an. Bleib mal hier stehen. Guck mal, Mann, war dreckvoll. Ey, halt mal an jetzt. Ja, muss ich mal gucken, mal dreckvoll. Mal rausgehen. Guck mal nach. Boah, ich hoffe, dass nichts dran war. Lass mal gucken hier. Boah. Fuck, Mann. Okay, der ist... Der hat sich erledigt, ja. Der ist hin. Hin? Scheiße. Da verbrannt die Huren so'n Scheiß hier. Ich glaube... Scheiße. Ich glaube, das stimmt nicht überein mit diesem Schlauch und dieser Verbindung. Ich weiß noch, ob das passt. Und jetzt? Jetzt geht es um zu überleben. Ich bin bereit für die Ohranutas, Bananen und Erdnüsse. Ich bin Menschen-Officer Blanco Lorenz. Ich komme aus dem Iran, Vietnam und Iran. Mir macht die Wildnis keine Angst. Steine, Holz und Pflanzen, sie weisen mir den Weg. Wir werden die Wildnis bezwingen. Los, Jungs, folgt der Nase. Komm mit, ich käm mich hier aus. Halt dich, fress die Nase. Komm mit, Jana. Scheiße. Leute, ich freue mich weiter. Dieser Ast stört uns. Was soll ich denn machen? Ich habe einen Überlebungstipp. Ganz leicht, sperrige Äste einfach entfernen. Komm, weiter. Danke. Am besten, dass wir unten lang gehen, damit die feinen Leute drehen. Ey, Jungs, 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 wartet. Tobi, komm. Warte, warte. Ich bin mir der Verbrief. Jungs, warte. Komm jetzt. Sehr gefährlich hier. Alles sehr gefährlich. Eine Uhr, die wäre jetzt von Vorteil. Warte, warte. Ich habe eine Überlebungstipp, wie man die Uhrzeit herausfinden kann. Keine Sorge. Man nimmt hier, versucht, dass es mit sehr viel Gewalt... Und man sieht, hier steht drauf, 6 Uhr 12. 6 Uhr 12. 6 Uhr 12 schon? Wir müssen uns beinhalten. Wir müssen weiterziehen. Wenn ihr jede Menge Durst habt, gebe ich euch einen Tipp. Ihr sucht nach guten, flachen Blättern von der gleichen Größe. So. Danach presst ihr sie zusammen und dann wird ein leckerer Saft, der ein bisschen nach Wasser schmeckt, hinauskommen. Einfach so und dann drücken. Da war genug Renne. In der Wildnis geht es um Überleben. Und um Überleben muss man nicht immer schöne Dinge machen. Darum werde ich euch nur zeigen, wie ich mein Wasser mir besorgen werde. Das ist gar nicht immer schön, aber das funktioniert. Schön durchs T-Shirt filtern. Und dann geht alles. Das ist die einzige Möglichkeit, die man in das Wasser verleben kann. Voll weit. Jungs, ich habe eine gute Stelle gefunden für ihr Zählt. Wo sollen wir hingehen? Da. Alles klar. Ich kann nur Holzhütten bauen. Tut mir leid. Ich kann nur gut aussehen und rauchen. Ach, ihr Loser, ihr Lütser, ihr macht doch alles selber. Wir warten einfach. Ja, hast du gut gemacht, Marco. Ja, danke. Ein Ding für mich. Richtig geil, kann nicht richtig gut chillen. Aber bestimmt. So, der Marco wird euch jetzt mal zeigen, wie man sein Zelt sicherer macht bei Nacht. Und zwar mit diesen Dingern. Es ist Abend. Es ist Abend, sind alle müde nach Martentag. Essen, Trink, alles gefunden. Pfeilen stehen. Pfeilen, wenn wir in der Zeit schlafen gehen. Pfeilen. 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 Wo ist Tobi hin? Vielleicht sollte ich lieber nachgucken gehen. Das Zelt steht offen. Okay, man schläft noch. Ich lass ihn schlafen. Der Fall hat ausgelöst. Wo ist der? Wo ist Tobi? Was ist da los? Tobi! 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 Jetzt sind wir wieder am Auto, das kann doch nicht sein. Egal, dass wir reinsetzen, man, da ist es wegen sicher, da sind keine wilden Tiere. Ja, lass erst mal rein. Ja, lass erst mal hier reingehen, man, hier ist es sicher, Alter. Mein Rucksack. Mein Rucksack ist kaputt. Schnell, Mann. Komm, setz dich rein. Mach die Tür zu. Schnell, mach die Tür zu. Versuch einfach nur einmal, versuch nochmal, man, vielleicht klappt es mit dir. Versuch einfach, komm. Du gehst halt mit der Zeit. Einzelne. Ich will eigentlich schon im Urlaub fahren, nicht so einen Scheiß machen. Boah, irgendwann war das für mich lieb, ey. Wann geht das? Wiss ich auch nicht, ey. Aber schon. Guck mal. Was machst du denn? Du willst mich verarschen, du hast die Handbremse angezogen, du Mistgeburt, Alter. Bist du ein Vollidiot, oder was? Sorry. Mach die mal locker und fang mal ab. Wenn jetzt geht, probier ich. Jetzt sag mir nicht, das Auto war gar nicht kaputt. Ey, ich warte nicht. Ey, bist du ein Sack, ey. Kann nicht sein. Okay, komm, scheiß doch. Wie gehen wir hier? Wie gehen wir hier?